DP Audiobooks präsentiert Eine Prise Weihnachtsglück von Elli Stern Gelesen von Lisa Müller Wir wünschen viel Freude beim Hören. Kapitel 1 Prolog Der Schnee knirscht unter meinen Schritten. Letzte Nacht hat es endlich geschneit. Ein komisches Kratzen hat mich frühmorgens geweckt, noch bevor mein Wecker klingelte. Ich ging barfuß zum Fenster und da war eine Schneedecke. Zart und weiß. Das Kratzgeräusch kam von dem dicken Herrn Meier von nebenan, der mit dem Schneeschieber zugange war. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Mama und Papa sind gleich nach der Arbeit mit mir zum Striezelmarkt gegangen. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Alles leuchtet und duftet hier. Ich komme mir vor wie in einem Märchen. Ich hauche und beobachte die Dampfwölkchen, die mein Atem in die kalte Luft mahlt. An einem Stand mit kandierten Äpfeln bleibe ich stehen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich äuge zu Papa. Willst du ein? fragt er augenzwinkernd und ich nicke. Mama guckt zwar streng, aber ich sehe, wie sie grinst, als sie sagt, sie hatte doch gerade erst eine süße Waffel, Armin. Papa zuckt nur mit den Schultern und meint, ach Vera, lass sie doch. Er überreicht mir das leckere, klebrige Ding. Später puhle ich mit der Zunge die Reste der roten Glasur aus meinen Zähnen und betrachte im Glitzerlicht die tanzenden Kinder auf der Bühne, die als Schneeflocken und Wichtel verkleidet einen schönen Tanz aufführen. Ich zapple herum, weil ich am liebsten mittanzen würde. Als der Auftritt zu Ende ist, gehe ich an Mamas und Papas Hand weiter durch den knirschenden Schnee. Es schneit wieder und ich versuche, die Schneeflocken mit meiner Zunge aufzufangen. An einer mit Tannenzweigen verzierten Hütte werden kleine lustige Männchen aus Pflaumen mit einem Zylinder auf dem Kopf verkauft. Die sehen aus wie Schornsteinfeger, stelle ich fest. Das sind Pflaumentoffel, sagt die Verkäuferin. Ich gehe näher heran und sie erklärt mir mit geheimnisvoller Stimme, dass früher Waisenkinder, so alt wie ich, in enge Schornsteine kriechen und sie reinigen mussten. Die Kinder trugen schwarze Mäntel und Kapuzen und waren das Vorbild für den früheren Pflaumentoffel. Ich höre mit großen Augen zu, wie sie erzählt, dass es glücklicherweise irgendwann verboten wurde, Kinder als Essenkehrer arbeiten zu lassen und dass der spätere Pflaumentoffel einen Zylinderhut bekam, wie ihn die Schornsteinfeger heute noch tragen. Und dass diese Figur ein Wahrzeichen für die Dresdner Weihnacht und das wohl beliebteste Mitbringsel vom ganzen Striezelmarkt sei. Ich zupfe an Mamas Ärmel. Können wir einen mitnehmen? Frage ich hoffnungsvoll und Mama lässt sich dazu überreden. Während ich zwischen meinen Eltern weiter schlendere, lausche ich dem Kinderchor auf der Bühne, der Sind die Lichter angezündet singt. Dieses Lied lernen wir gerade in Musik und ich summe die Melodie mit. Wir kommen an einem Häuschen vorbei, das wie das Pfefferkuchenhaus bei Hänsel und Gretel aus meinem Märchenbuch aussieht. Das duftet himmlisch, schwärme ich, während ich durch das kleine Fenster hineinspähe und der Bäckerin mit dem Nudelholz dabei zusehe, wie sie mit anderen Kindern Plätzchen backt. Da tippt mir jemand von hinten auf die Schulter und ich wirbele herum. Vor mir steht ein riesiger Schneemann. Kein echter, das weiß ich schon. Da hat sich nur ein Mensch verkleidet. Trotzdem bin ich erschrocken und in meinem Bauch grummelt es. Ich greife nach Mamas Hand. Der Schneemann hält mir einen kleinen Schokoladenstern vor die Nase und fragt, ob ich einen Weihnachtswunsch habe. Ich wünsche mir Schlittschuhe, antworte ich leise und schüchtern. Der Schneemann scheint nett zu sein. Trotzdem ist er mir irgendwie nicht geheuer. Ich schaue unsicher zu Mama und Papa, aber die lachen fröhlich, also ist alles in Ordnung und ich muss keine Angst haben vor diesem Schneemann oder vor etwas anderem. Meine Eltern sind die liebsten und glücklichsten Menschen auf der Welt. Und dies hier ist der schönste Tag meines Lebens, denke ich, während ich den Pflaumetoffel festhalte und auf das Karussell mit den auf- und abwogenden Pferdchen zusteuere. Kapitel 2 Montag, 2. Dezember Miriam schluckt an dem Kloß in ihrem Hals und ringt um Fassung. Sie hat den Artikel versaut. Das weiß sie selbst. Trotzdem donnern unbarmherzig Patrizias Worte auf sie nieder wie erbsengroße Hagekörner. Begleitet vom lieblichen Gesang des Kinderchores, der zuckersüß in den Ohren klebt wie der karamellisierte Sirup des kandierten Apfels, in den die kleine Lina beißt, schiebt sich Familie weh durch die Massen Glühweintrinkender und Bratwurst-essender Stritzelmarktbesucher. Ob sich hier Besinnlichkeit einstellen wird, bleibt abzuwarten. Zitiert die Chefredakteurin aus dem Bericht über die Familie, die Miriam letzte Woche für die neue Elbflair-Ausgabe interviewt hat. Mit einem vernichtenden Blick klatscht sie die Mappe mit dem Bericht auf den Tisch. Miriam spürt den Windzug im Gesicht wie eine Ohrfeige und zuckt zusammen. Ihre Oberlippe beginnt unmerklich zu zittern. Na toll, jetzt denken sie auch noch, ich hab nicht mehr alle Tassen im Schrank. Als wäre es nicht genug, dass das missglückte Ergebnis ihrer Arbeit gerade vor aller Augen auseinandergenommen wird. Miriam lockert ihr Tuch, weil ihre Hände nicht wissen, wohin und weil es ihr eng am Hals wird. War etwas Komisches in deinem Kaffee? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Miriam! Patrizia wirkt fassungslos. Hendrik Schwarzbach grinst selbstgefällig. In dem Bemühen, das Zittern ihrer Oberlippe in den Griff zu bekommen und dabei keine noch seltsameren Grimassen zu schneiden, setzt Miriam zu einer Antwort an, schließt den Mund aber wieder, als Patrizia erbarmungslos fortfährt. Während der unvermeidliche, rotmantelige Weihnachtsmann an eine Traube Kinder Süßigkeiten verteilt und sich in seiner Rolle als Spendabler Samaritasonnt, sag mal, geht es eigentlich noch? Patrizia durchbohrt sie fast mit ihrem Blick. Den Anwesenden wird wieder einmal klar, warum sie sie hinter vorgehaltener Hand Patty Power nennen. Wegen ihrer knallharten Art, ihrer Unnachgiebigkeit und ihrem eisernen Streben nach Erfolg. Eigenschaften, ohne die sie das Magazin vermutlich nicht zu dem gemacht hätte, was es heute ist. Nie im Leben würde der perfekten Patty Power eine solche Ungeheuerlichkeit passieren. Miriam kaut auf ihrer Unterlippe und senkt den Blick auf die gläserne Tischplatte. Ja, verdammt, sie hat recht. Ihre eigenen Sätze aus Patrizias Mund hören sich einfach nur zynisch an. Hab ich das wirklich geschrieben? Sie spürt die Blicke ihrer Kollegen, die mit ihr an dem großen, verkromten Glastisch im Konferenzraum sitzen, während ihr das Blut in den Kopf schießt wie überkochende Milch im Topf. Verena bläst unauffällig die Backen auf, Jasmin schaut sie fragend an und Tamara verzieht den Mund, als hätte sie Zahnschmerzen. Die Situation ist so unangenehm, dass Miriam einfach nur aufspringen und wegrennen will. Ganz weit weg. Nach Timbuktu oder wenigstens unter die Sofadecke in ihrer Wohnung. Aber das wäre noch unprofessioneller als ihr verpatzter Weihnachtsartikel. Du sitzt ganz schön in der Patsche. Kläre das und zwar schnell. Sie bemüht sich, ihre Stimme festklingen zu lassen und zwingt ihre Oberlippe zur Ruhe. Tut mir leid, Patricia, ich bringe das in Ordnung. In einer Stunde hast du den Artikel auf dem Tisch. Ihre Absätze klackern staccatoartig über den gekachelten Boden des Foyers, als Miriam später die Redaktion in der Nähe des Goldenen Reiters verlässt. Sie hat ihren Text in eine vorzeigbare, dem Anlass würdige Version umgeschrieben, ist sich aber nicht sicher, ob Patricia ihr diese dumme Sache durchgehen lässt. Krachend fällt die schwere Eingangstür hinter ihr ins Schloss. Draußen schlägt ihr eisige Luft entgegen. Verfluchte Kälte, verfluchter Dezember. Ein Zeitsprung um einen Monat nach vorn wäre jetzt genau das Richtige. Das Gesicht tief in ihrem XXL-Schaltuch vergraben, eilt Miriam durch die Dunkelheit und grollt mit sich selbst. Das hätte ihr nie passieren dürfen. Damit habe ich mich zur größten Versagerin aller Zeiten gemacht. Ein Auto bremst hupend und schlammspritzend knapp vor ihr. Ein entsetzter Schreigeld über die Straße. Miriam schlägt sich die Hand vor den Mund. Durch die Windschutzscheibe des Wagens, der nur eine Hand breit vor ihr zum Stehen gekommen ist, starrt die Fahrerin sie erschrocken an. Miriam hebt entschuldigend die Hand und weicht zurück. Die Autofahrerin, hinter der ein böses Hubkonzert beginnt, fährt kopfschüttelnd weiter. Na prima. Nicht nur eine Versagerin, auch eine Verkehrssünderin. Das wird immer besser. Mit schlotternden Beinen wankt sie zurück zum Fußweg und versucht die Blicke der Passanten an der roten Ampel zu ignorieren, die sie vor lauter Groll übersehen hat. Am liebsten würde sie im Erdboden versinken. Alles in Ordnung? fragt ein Mann neben ihr. Mehr als ein Nicken und ein schiefes Lächeln bringt sie nicht zustande. Nachdem sie mit dem Menschenstrom die Straße überquert hat, drängt sich ihr schwerer Patzer zusammen mit einer nagenden Ungewissheit und wieder in ihr Hirn. Wahrscheinlich kann ich meinen Job an den Nagel hängen. Kurz vor Weihnachten. Der Dezember war schon immer mein Lieblingsmonat. Denkt Miriam und verzichtet er... Das wird immer anders. Vielen Dank.